Hä? Ja, sie wollte Sex und ich hab nicht gecheckt, dass sie Sex wollte und jetzt ist sie sauer, weil sie denkt, ich lieb sie nicht mehr oder so. Aber hast du dann mit ihr geschlafen? Nein, ich hab nicht mit ihr geschlafen, deswegen ist sie ja sauer. Haben wir den Schöpfen nicht da? Kühlen ist da. Ich fülle. Sollte ich es? Bedankt. Kühlen ist. 커�sten sodass die im s s arbeiten wenn wieder Ich will das auch auf Papier. Nicht, dass ich das wirklich nicht für meine Krühe knutsche. Also nicht schon mit einer normalen Zunge. Das ist aber jetzt nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020